Viel Glück bei euren Unternehmungen. Womit kann ich helfen? Entschuldigt, ich war abgelenkt. Gesegnet sollt ihr sein. Ah, ich glaube, ihr habt da Teile eines Translokator-Schlusses. Wir bekommen Schluss, was ihr braucht. Zum Ministerus hat von allen die meiste Erfahrung mit diesen Dingen. Ihr glaubte, der Schöpfungskatalysator könnte alles hier herstellen. Glaubt, sollte ich sagen. Du musst'n helfen. Ich glaubte. Ich glaube, ihr habt da. Ich glaube, ihr habt da.